Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Binding of a Dagger Repentance Wir gehen heute wieder lockerflockig rein Und machen jemanden Den ich nicht kacke finde Mist 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 Komm ich muss Keeper Keeper we know Was ist hier eigentlich Warum ist hier wieder alles verkehrt So Ich hab mal gehört Dass wenn man hier reingeht Dass hier eine Münze liegt Glück hat So Komm mal her du Komm mal her du Äh Ja 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 Oh Gleich gefühlt Hey Das Problem ist Ich kann da jetzt ja nicht mehr rein Das ist Du Aua Wie Warum Sag mal Display Bleibt Geräge Schwing 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 Oh Ah Hah Oh Schnelle einsammeln Gut ich hätte gerne birthright im shop dann halt nicht genau wir machen hier ein bisschen so ein bisschen so ja den snack ich mir den lasse ich mir einfach so liegen so zio zio Und wo ist die Itzy Bitszy Spider? Gut. Na, wenn das nichts ist, ne. Wenn das nicht gut war. So. So. Weiter, weiter. So. So. Sehr gut. Moment. Ja. Okay. Ja. 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 Meine Schuld. Gebe ich zu. Hätte ich besser wissen müssen. So. Äh. Im Shop war ich, ne. Ja. Hm. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Mutti, ne? Das ist Mutti. Das ist Mutti. Ach, ich hab Pin ganz vergessen. Ist ja auch noch da. Entschuldigung. Also ich wollte ihn nicht vergessen. Oh oh. Miesen. Ah. Die Dase kribbelt. So. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Angst los. Jetzt geht die Angst los. Also. Angst. Oh. Der. Oh. Ja. Jo. Ich mag die Gegners alle hier nicht. richtig. Die sind gemein zu mir. Ah. 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 Oh. Da ist schon der Goldraum. Das trifft sich gut. Denn ich habe Geld, was ich ausgeben kann. ich habe keinen schlüssel aber okay immer mal machen wir mal und du bist warten 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 ach dahin oh shit habe ich nicht gesehen und ich habe keinen schlüssel auch leute das ist doch gemein das macht mich traurig ich wollte nur ein bisschen dinge den baden okay warte mal was ist das open the floor ja nämlich dann muss ich dich leider zerstören und dann geht es erst mal weiter nein uiuiuiui uiuiuiui geh weg alter komm komm schon oh ja oh ja oh ja tier sap sehr gut dann hole ich mir das andere tier sap auch noch ach ich hab nicht also ich bin hu ha ha oh junge oh junge ich hätte auch mein space bei item einsetzen können ja ich bin halt dumm machst du nix so kaffee zum wohl ja schmeckt leichte karamell note gut so hey 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 live blogger ich glaube dass das ist etwas besser also ich glaube dass das ist etwas besser also ist es doch gut 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 ein bisschen wenig geld habe ich das meine ich brauche mehr wie können wir das regeln keule ok ok ausgezeichnet ausgezeichnet sehr gut das finde ich sehr gut ok ist ein anfang kann ich mit leben gehen wir rein einmal luren obwohl nö hier rein ich muss sie die flamme berühren geht in hot in here so genau drückt schön das geld ab und zehner ja ich kann ich leider nicht gebrauchen aber danke so ja noch kurz warten ok ok dann dann nicht dann machen wir das so so können wir auch jungen zack zack nicht dass irgendwelche dummen fehler passieren mischt oder super optimal ich konzentriere mich mal nicht aufs geld ach so leben wieder voll alles cool hp ab brauche nicht nee gut dann haben wir dies schon mal geschafft ich hätte gern die fähigkeit zu fliegen ja es liegt liegt in einer guten geschwindigkeit das ist gut so 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 hallo ihr da ah ok das muss hier sein oder nicht da weiß ich gar nicht was ich sagen soll äh außer hilfe gut ach was soll das denn tot na gut na jetzt wird ja aber unlustig ne ey ich will eine bombe wiederbekommen ist gut ich will eine bombe wieder weg ich will sie nicht ich will sie nicht ja ich will sie nicht oder sie können will sie nicht Leute! So! Erstmal aufladen und gucken... Och nicht Gideon! Komm! Wo jetzt? Ach, was mach ich denn? Ich bin Blödsinn! Komm! Lass mich bloß in Ruhe! Ich hab doch Angst vor Geister! Ach, da ist noch jemand! Scheiße! Ist jetzt doof hier! Komm, gib mir ne Münze! Boah, das ist nicht der im Ernst! Oh! Oh Junge! Ich muss noch irgendwie an ne Kackmünze rankommen! Achem! Achem! Das bist auch eine... Ne! Hör mit! Hör mit! Nimm mich mit! Ach! Boah! Ich bin ehrlich! Das war Stress für mich! Ich mag Gideon nicht! Gideon ist... Ist kacke! Okay! So! Jetzt habe ich das gesagt! So! Ich muss mal irgendwas luren! So! Weiter kann das gehen! So! So! Ich mach hier Whisky, Whisky und so! Whisky, Whisky! Joe! Uhhh... Mom! Niau! Stemshale! Hey, lecker! Ihr seid nicht lecker! Geht bitte jetzt! Good! Oh, Libra! Oh, Libra! Will ich nicht setzen! das ist jetzt nicht also ist jetzt kein wohl ich finde das sehr gut kann von ihm machen wir auf damit damit habt ihr nicht gerechnet ich muss münzen liegen das fällt mir gerade ein ja so wird das nicht sind hier münzen drin noch nicht uiuiuiui was hast du denn für einen auftrag mein freund so ich bin ja ein bisschen überfordert weil ich nicht weiß wie man das machen soll beim nirgends münzen rumliegen ja dann lass uns mal in die kater kömpchen also mir ist mein fuß eingeschlafen so dann wollen wir mal gucken ist hier in der mütze nein hier ist in der mütze okay mutti heute sind wir freunde oder heute sind wir freunde gut sind wir nicht ich kotze gleich mach mal bitte danke isaac danke lieber isaac gold dir isaac komm mir muss doch hier wohl danke weg ist ausgekundschaftet und let's go so so ich habe es geschehen 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 Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich kenne den nicht, den Boss. Hilfe! Ich krieg zu viel, ey. Okay. Vielen Dank.